Der Bruder sagt, im Hadith, wo erwähnt wurde, dass Jibril a.s.w. wie ein ausgebreitetes Kleidungsstück vor Allah a.s.w. lag, sah der Prophet a.s.w. Allah? Nein. Und wir bringen ja alle Überlieferungen zusammen. Wir nehmen ja nicht nur eine Überlieferung. In einer Überlieferung von Abu Dhar sagte Abu Dhar zu ihm, Der Prophet a.s.w. hat bestätigt, dass er Allah a.s.w. nicht mit den Augen gesehen hat.